Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mit dem gestrigen Tag hat sich ein besonderes Jahr dem Ende geneigt. Es war ein Jahr mit sehr großen Herausforderungen. Ein Jahr, das von der Sorge um unsere Familien und Freunde, das von existenziellen Fragen und auch von Einschränkungen im alltäglichen Leben geprägt war. Wir blicken aber auch zurück auf eine Zeit der Solidarität, die gezeigt hat, was wir gemeinsam zu bewältigen imstande sind. Und auch im neuen Jahr wird uns das Thema Corona noch begleiten. Aber seien Sie versichert, dass die Politik weiterhin unermüdlich daran arbeitet, die Folgen der Pandemie abzufedern und Ihnen in dieser Zeit bestmöglich zur Seite zu stehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam diese Krise überstehen und gestärkt aus ihr heraustreten werden und dass uns in den nächsten 365 Tagen auch positivere Zeiten erwarten werden. Zeiten, die wir unbeschwert mit Familie und Freunden verbringen werden, in denen wir ohne Angst und Ungewissheit unsere Berufe ausüben, durch Fußgängerzonen schlendern und verreisen können. Deswegen ermutige ich Sie, halten Sie durch und halten Sie auch weiterhin zusammen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen des Hessischen Landtags aber auch ganz persönlich einen guten Start ins neue Jahr. Vielen Dank. Vielen Dank.